Sejo so und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria. Beim letzten Mal haben wir hier in der näheren Umgebung ein paar Kristalle in unseren Besitz gebracht, damit wir jetzt hier mit unseren lieben Freunden, den Shadow Pan, endlich den Sigves Horde betreten können. Die Quest hatten wir letztes Mal alle abgegeben und jetzt die letzte Quest, die werden wir jetzt mal annehmen, die quasi jetzt hier in den Horde reinführt, wo wir den Schar des Hasses besiegen werden. Das Ende unserer Jagd steht unmittelbar bevor. Wir haben die stärksten Shadow Pan versammelt und mit eurer Stärke als Unterstützung werden wir das Schar des Hasses bezwingen und seinen Einfluss auf die Welt ersticken. Wenn wir in den Tunnel eindringen, bleibt in der Nähe und haltet den Hass von eurem Herzen fern. Der bevorstehende Kampf stellt für alle von uns eine Prüfung dar. Was auch immer passieren wird, es ist mir eine Ehre, mit euch gereist zu sein, Mary Lee. Alles klar? Wir beginnen einen Helm dafür. Krütt, parieren, ausweichen. Ja. Sieht komisch aus, aber den werden wir natürlich nehmen. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mal. Alles klar, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Erinnert euch an eure Ausbildung. Solange ihr dem Hass nicht nachgebt, werdet ihr überleben. Los geht's! Okidoki, dann mal rein da. Erstmal das Tor aufmachen. Mithilfe der Kristalle. Wahnsinn, das hat sehr schön geklappt. Ja, und dann geht's mal rein. Wir folgen denen mal. Laufen mal nicht zu weit vor. Oh, die sind schnell. Die sind sehr, sehr schnell. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte. Einfach ganz durchlaufen. Oh, da vorne ist er. Okay. 6,7 Millionen Leben. Das ist viel. Das ist viel, Freunde. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Ich denke aber schon. Ziel ist zu nah. What the fuck? Eigentlich ja überhaupt nicht. Ich hab versucht, schon von hier hinten an der Treppe loszudüsen. Aber gut, greifen wir ihn mal an. Schaden ist extrem gut. Oh, das ist gefährlich. Die Kleinen müssen wir jetzt wahrscheinlich töten. Machen wir mal. Und die NPCs, die machen richtig viel Schaden. Ist das hier ein Massenangriff? Oder irgendwie hab ich das gerade ein bisschen verplant, glaube ich. So, die kleinen Viecher töten und dann wieder auf den großen Boss drauf. Rudiment des Hasses. Aha. So, aber hier schön alles raushauen, was wir an... ...an Zeugs haben. Aber wir fressen gerade extremen Schaden. Das ist nicht so cool. Lassen wir mal wieder irgendjemand anderen tanken. Ah, vielleicht könnt ihr hier mal so D&D machen, genau. Warum greift er uns an? Hauen wir uns mal so einen Lebensgeist hier rein. Sollen wir uns mal ein bisschen heilen? Äh, ja. Okay. Das sieht nach viel Schaden aus, Freunde. Wobei wir auch geheilt werden. Von dem lieben Bun hier hinten. Von dem werden wir geheilt. Bun Bärenherz. Aber wir fressen halt trotzdem extremen Schaden gerade. Nee, das ist übel. Das ist übel. Lassen wir uns mal kurz ein bisschen hochheilen. Das ist nicht so viel Schaden, das von mir vernichtet. Warten wir mal kurz, bis wir wieder ein bisschen geheilt sind. Uiuiui. Da hätte ich rauslaufen können. Das ist doof. Das ist doof. Wir versuchen es jetzt mit hinrichten. So, ordentlich Wut sammeln. Und dann hinrichten. Und wenn wir jetzt sterben, haben wir ein Problem, Freunde. Übel, 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 übel. Wir laufen jetzt einfach so ein bisschen... Ja, er ist besiegt. Er ist besiegt. Wunderbar. Das war übel. Das war übel, Freunde. Sammeln wir mal auf, was wir aufsammeln können. Gar nichts. Okay. Hä, konnten wir den gerade nicht looten? Das ist ja blöd. Aber gut, soll uns egal sein. Taoschi, das Schad des Hasses. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Ein Schad zu besiegen ist nicht einfach. Es ist ein Wunder, dass wir es ohne größere Verletzungen überstanden haben. Taran gibt sich noch immer die Schuld daran, dass sein Hass die Oberhand gewonnen hat und er die Bestie auf das Land losgelassen hat. Es mag einige Zeit dauern, bis er sich mit dieser Tatsache anfreunden wird. Aber es ist wichtig, dass es irgendwann geschieht. Sonst wird er vielleicht erneut anfällig sein. Heute haben wir viel erreicht und es wird so bald nicht vergessen werden. Und auch ihr sollt für euren Beitrag nicht vergessen werden. Vielen Dank. Ja, 33, wunderschöne Gold und den Helm des Tempelwächters nehmen wir natürlich auch mit. Werden wir auch direkt ausrüsten. Wir hatten ja in der Sonderfolge unsere Ausrüstung quasi umgeschmiedet. Das war jetzt wirklich nur fürs Video. Ich werde hier die Items ganz normal ersetzen und auch, bis wir einigermaßen gute Ausrüstung haben, jetzt nichts mehr umschmieden. Das war wie gesagt nur für das Video, um zu erklären, wie das geht. Wie das bei der Merrilee ausschauen würde, wie wir in Zukunft verfahren werden. Also, dass wir auf Trefferwertung und Waffenkunde gehen werden. Dass auch wirklich jeder Schlag, den wir ausführen, quasi auf dem Gegner landet. Und wir dadurch genug Bedrohung aufbauen, dass unsere Schadensklassen ungehindert maximalen Schaden auf die Bosse draufklatschen können. Denn das ist unser Ziel als Tank und zwar maximale Bedrohung aufzubauen. Das Überleben, das kommt mit der Ausrüstung und natürlich auch mit dem Heiler zusammen. Unser hauptsächliches Ziel ist erstmal maximale Bedrohung auf die Bosse aufzubauen, dass die Damage-Dealer maximalen Schaden auf sie machen können, ohne die Aggro zu ziehen. Also quasi ohne den Gegner dazu zu veranlassen, sie anzugreifen. Also, dass der Gegner immer auf uns bleibt. Das ist unsere Aufgabe als Tank und das erreichen wir mit Trefferwertung und Waffenkunde. Und wie gesagt, das Überlebenszeug, das kommt dann später mit guter Ausrüstung automatisch, mehr oder weniger. Beziehungsweise, wenn wir dann die Trefferwertung und Waffenkunde-Caps erreicht haben, also quasi die oberen Grenzen, die wir erreichen möchten, dann können wir quasi auf Survivability und da gab es noch in WoW so einen speziellen Begriff dafür. Wie war der denn? Irgendwas mit M war das? Wie auch immer. Ist auch egal. Wir nehmen uns jetzt erstmal den Helm, parieren, ausweichen. Da ist uns jetzt die Waffenkunde gerade mal egal, die wir ausparieren, umgeschmiedet haben auf unserem aktuellen Helm. Wie gesagt, das war jetzt erstmal nur fürs Video. Für euch hätten wir das nicht geschafft. Einmal ausrüsten. Und, ja, den Untererfolg haben wir auch. Jetzt fehlt nur noch Taihos Untersuchung. Das wird, denke ich, hier in dem Bereich der Karte sein. Den Rest haben wir ja eigentlich soweit erledigt. Und, ja, dann ziehen wir mal weiter. Und, ja, es wurde ja gewünscht, dass ich mal das Reiztier ändere. Habe ich jetzt gemacht? Ich werde jetzt eine Weile mit unserem spektralen Greifen rumfliegen. Einfach, weil ich den hübsch finde. Wir können dann demnächst wieder switchen. Wir können auch mal gucken, ob wir eventuell an Reiztiere Flugmounts kommen, die es hier in Pandaria gibt. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, jetzt erstmal eine Weile mit dem spektralen Greif. Den gab es, glaube ich, für die Freundeswerbung. Ich habe keine Ahnung. Müsste es aber sein. Freundeswerbung oder Rolle der Auferstehung. Irgendwas in die Richtung. Ich glaube, es war für eine neue Freundeswerbung. Also, dass jemand einen neuen Account erstellt hat und quasi mich als Werbenden angegeben hat. Auf jeden Fall ein sehr hübsches Reittier und deswegen werde ich damit mal eine Weile rumfliegen. So, da vorne haben wir einen Flugmount. Äh, Flugmount, sage ich schon. Einen Flugmeister. So, einmal aktiviert. Dann haben wir hier eine Quest zum Abgeben. Die geben wir mal zuerst ab und dann werden wir mal die restlichen allesamt annehmen. Hier unten bei Verresa Windläufer. Der Donner ruft. Wir müssen uns beeilen, Marilee. Die anderen sind vorgegangen. Aber ich werde euch alles auf dem Flug erzählen. Okay, mauten wir uns mal ab. Okay. Alles klar, wir werden jetzt wahrscheinlich irgendwo hinfliegen. Nehmen wir mal die Quests an. Der Sturm braut sich zusammen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Marilee. Jeder Moment, den wir hier vertrödeln, gibt den Sonnenherrschern weitere Teile der Insel preis. Lady Jaina, Prachtmeer, wartet auf uns. Wir sollten sie nicht noch länger warten lassen. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid, abzureisen. Ich werde euch selbst hinbringen. Alles klar. Wir bekommen einen Signalgeber der Kirin-Tor. Bringt euch zu den Kirin-Tor auf der Insel des Donners zurück. Dieser Signalgeber funktioniert nur auf der Insel des Donners oder im Thron des Donners. Alles klar. Dann sprechen wir mal kurz mit dir. Ich bin bereit. Oh, vielleicht hätten wir da hinten die anderen Quests auch noch annehmen sollen. Wir fliegen gleich zurück. Er vereinigte die Mogu und erwarf die anderen Völker Pandarias und errichtete ein Kaiserreich, das jahrtausendelang bestehen sollte. Okay. Legenden zufolge hatte der Donnerkönig enorme Macht und baute sich eine palastartige Festung. Wir sollten sie bald sehen können. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Das wird sicher hübsch aussehen. Übergriff der Sratik. Jetzt bin ich mal gespannt, wie dieser Palast aussieht. Oh, okay. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Wo kommst du denn her? Ist das hier instanziert oder warum ist hier... Oh. Okay. Was ist das denn? Wer bist du denn? Durchgebranntes Konstrukt der Sonnenhäsche. 92. 10,5 Millionen Leben. What? Das wird uns wehtun, Freunde. Das wird uns wehtun. Na gut, dann fliegen wir vielleicht doch nicht zurück. Sondern erledigen hier erstmal die ganzen Quests. Scheint ein eigenes Gebiet zu sein. Aber halt wirklich nicht auf der Weltkarte, sondern... Oder doch. Insel des Donners. Wo ist denn die? Oh, tatsächlich. Zu was gehört das denn? Was ist denn das hier? Tempel nach... Teleport nach Sattual. Wo ist Sattual? Unsere Namenspatronen von dem Server, auf dem ich spiele, seht ihr auch hier unten? Da irgendwo steht es da. Ich weiß es nicht. Ich mache das ja später beim Enkodieren mit ins Video. So, der Sturm raut sich zusammen. Ihr kommt gerade rechtzeitig, Marilee. Dieses Land muss von den Kirin-Tor kontrolliert werden. Zum Wohl aller. Das wird keine leichte Aufgabe sein. Alles klar? What the fuck? Insel des Donners. Wie kommen wir zurück? Shadupan Garnison. Ähm, hm. Wollen wir erstmal hier questen? Oder wollen wir Ton-Long-Steppe... Hä? Gehört das irgendwie zusammen? Da wird irgendwie keine Level-Begrenzung angezeigt. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück. Hier oben haben wir ein Portal. Und erledigen drüben nochmal alle Quests. Wenn wir jetzt nicht ganz woanders landen. Ne, gut. Dann sind wir jetzt in der Shadupan Garnison. Sehr schön. Und da geht es zur Insel des Donners. Alles klar. Dann, wie gesagt, hier erstmal die ganzen Quests erledigen. Weil wir können hier definitiv einiges annehmen. Dann machen wir die andere Quest einfach später. Kann ich dann eventuell auch ein eigenes Thumbnail erstellen, wenn wir dann wirklich zwei, drei Folgen dort sein sollten. Wir dürfen nicht zögern. Natürliches Antiseptum. Die Shadupan sind selten, elitär und ziemlich teuer in der Ausbildung und daher nur schwer zu ersetzen. Wir können uns nicht leisten, dass auch nur einer von ihnen einer vergifteten Waffe oder einem infizierten Schnitt zum Opfer fällt. Deshalb möchte ich, dass ihr mir etwas besorgt. Lasst es mich klar und deutlich aussprechen. Der Urin der Mushan ist ein großartiges, natürliches Antiseptikum. Zum Glück erzeugen sie eine Menge davon. Wir brauchen nämlich in der Regel viel. Alles klar? Sehr gut. Ähm, der Feldrüstungsschmied. Die Shadupan kämpfen. Deshalb werden ihre Rüstungen oft zerschnitten, zerkratzt, zerrissen und verbrannt. Meine Aufgabe ist es, sie zu reparieren. Ich bin kein Rüstungsschmied, aber solange das Loch nicht zu groß ist, kann ich ein kaputtes Kettenrüstungsstück reparieren. Am liebsten verwende ich Panzerfragmente von Schildgrüten, die in den Feldern im Nordosten leben. Besorgt mir welche, damit ich mehr Shadupan gerüstet und am Leben erhalten kann. 120 Fragmente, okay. Achtet auf die Schatten. Und ein verbesserter Verband. Ein trockener Verband hat wenig Nutzen, außer dass er die Wunde frei von Ungeziefer hält. In einigen Lagern ist dies das Beste, worauf man hoffen kann. Aber nicht in meinem. Ich ziehe es vor, eine Paste aus all den lindernenden Kräutern zu mischen, derer ich habhaft werden kann, um diese zwischen den Verbänden aufzutragen. Die wirksamsten Kräuter, die ich finden konnte, sind die Mao-Weiden auf den Feldern im Nordosten. Wenn ihr welche antrefft, bringt sie doch her. Alles klar? Einiges hier oben zu tun, das ist schön. Tai-Hau? Die Motive der Mantis. Kriorin, ihr könntet uns nützlich sein. Die Schadupan möchten wissen, weshalb die Mantis so ungestüm angreifen. Wir haben unsere Vermutungen, sind uns allerdings nicht sicher. Außerdem sollen die Mantis nicht herausfinden, dass sie von uns untersucht werden. Und hier kommt ihr ins Spiel. Ich möchte, dass ihr die Mantis von Krives im Norden tötet. Ich werde mich hinter euch im Schatten versteckt halten und ihre Leichname auf Hinweise untersuchen. Und ein Rückschlag für die Mantis. Mit jedem Tag vergrößern die Mantis die Munitionsvorräte, die sie gegen ihre Feinde einsetzen wollen, weiter. Wir können sie nicht aufhalten, ihr und ich. Aber einen Rückschlag können wir ihnen doch verpassen. Tai-Hau gibt euch etwas Sprengstoff. Ich muss mich bedeckt halten. Wärt ihr so gut? Selbstverständlich machen wir das. Und wo haben wir hier noch per Quests? Sehe ich auf der Karte nichts mehr. Die Daily Quest hier können wir eigentlich noch annehmen. So sehen wir uns wieder. Oh, da gibt es einige. Dann nehmen wir die natürlich auch alle an. Die Mogu-Bedrohung. Man sollte immer vorbereitet sein. Unsere Speer haben Truppen der Mogu auf Shanzee-Dao im Nordwesten entdeckt. Die Insel ist angeblich unbewohnt. Deshalb ist ihre Anwesenheit dort beunruhigend. Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass sie unheimliche Experimente auf der Insel durchführen. Ich brauche jemand Tüchtiges wie euch, Kriegerinnen, um die Lage zu prüfen. Die Shanzee werden euch vermutlich Probleme bereiten. Wenn dieser Fall eintritt, tötet sie. Boshafte Waldgeister! Die Finsterwaldgeister von Shanzee-Dao werden jetzt von den Mogu beherrscht. Diese einst gerissenen Schwindler dienen mittlerweile zur Gänze den Shanzee. Sie werden von Tag zu Tag unverschämter rauben und töten, um ihre Meister zufriedenzustellen. Sie müssen eliminiert werden. Seid aber vorsichtig. Sie mögen vielleicht harmlos aussehen, sind jedoch ziemlich brutal. Okay? Eiersuche? Eier. Ja, ihr habt mich richtig verstanden. Ich habe Eier gesagt, doch zum Essen sind sie nicht. Habt ihr schon einmal ein Wolkenschlangenei gesehen? Diese seltenen Eier sehen wie Edelsteine aus und waren einst ihr Gewicht in Gold wert. Auf Shanzee-Dao im Norden wimmelt es für gewöhnlich nur so vor Wolkenschlangen. Aber die Mogu und Geister haben es auf ihre Eier abgesehen. Wir müssen so viele diese kostbaren Eier retten wie möglich. Ich zähle auf euch, Meridi. Alles gut. Und die letzte Quest. Kleine Jungtiere. Eier, ja, viel zu tun haben wir hier. Ich habe die grausamen Experimente gesehen, die die Shanzee auf ihrer Insel im Nordwesten durchführen. Die Shanzee brüten Schlangenjunge aus ihren Eiern aus und halten sie in winzigen, total verdreckten Käfigen. Die grausamsten Wärter hungern sie aus und quälen sie. Wir müssen möglichst viele Jungtiere retten. Ich erteile euch freie Hand, jeden Bogu, der sich euch in den Weg stellt, zu bestrafen. Holy shit. Jetzt haben wir aber hier extrem viel zu tun. Wer ist denn er, beziehungsweise sie? Warum sollen wir mit Feili reden? Ha, ich bin Feuer und Klamme. Würdet ihr mich begleiten? Bis bald. Ich will Feuer unter dem Hintern machen. Cool, die hilft uns, glaube ich, so ein bisschen. Das ist nice. Dann bedanke ich mich erst mal fürs Zugucken. Jetzt brauche ich mal irgendwas, wo ich hinschauen kann. Ich glaube, hier hinten ist ganz gut. Bedanke ich mich erst mal fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich mal einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und würde sagen, wir sehen uns morgen Abend um 18 Uhr wieder. Tschüssi.